Hey Freunde, heute zeige ich euch mal, wie ihr mit eurer Taschenlampe, egal wie viel Lumen sie hat, ein Feuer entzünden könnt. Ich halte mich kurz, schaut euch das Video einfach an. Der eine oder andere wird den Trick wahrscheinlich schon kennen. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Ich halte mich. Ich halte mich. So Freunde, ich hoffe das kleine Unterhaltungsvideo hat euch gefallen. Vielleicht kann es ja der eine oder andere mal gebrauchen. Ich habe es noch nie gebraucht. Ich hatte immer ein Feuerzeug dabei oder ein Feuerstahl oder was auch immer. Aber es ist ja ganz praktisch. Ihr könnt das mit Doppel A Batterien machen, Dreifach A Batterien oder einem Akku. Natürlich das Ganze nicht so gut für die Batterie oder den Akku, aber für einmal im Jahr oder einmal in zehn Jahren ist es nicht schlimm. Ich übernehme natürlich keine Haftung für eure Batterien oder euren Akku. Nur dass ihr es wisst, sollte nur ein kleines Unterhaltungsvideo sein. Ich würde mich über ein Like freuen, ein Abo, Glocke aktivieren. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Auf Facebook ist der Miro unterwegs. Der hält euch da auch auf dem Laufenden. Ich bin bei Instagram unterwegs, mache da auch ein paar Storys. Ihr könnt ein bisschen in die Behind the Scenes schauen. Ich teile da viele EDC Fotos von den EDC Leuten auf Instagram und würde mich freuen, wenn ihr uns auf beiden Plattformen besucht. Ich freue mich auf das nächste Video. Macht's gut!